Sprache enthält so viele Dinge, die wir als normal empfinden, die es aber nicht sind. Das ist vor allem im Bereich Recruiting und Ansprache von Frauen ein sehr wichtiges Thema. Lassen Sie mich zunächst verdeutlichen, dass Unterscheidungen, die wir in der Sprache vornehmen, viel stärker auf uns einwirken, als wir vielleicht glauben. Ich möchte dies am Wortpaar Networkerin versus Quasselstrippe veranschaulichen. Beide Wörter verweisen auf denselben Sachverhalt, der Beschreibung einer kommunikativen Person. Das Wort Networkerin ist positiv besetzt, denn Kontakt zu anderen Menschen ist für uns grundsätzlich begrüßenswert. Durch das Wort Networkerin wird ein sogenanntes Annäherungsziel, ein angestrebter Zustand verbalisiert. Das Vorstellungsbild vom angestrebten Zustand wird im Gehirn aktiviert, um das erwünschte Verhalten zu zeigen, zum Beispiel auf Menschen zugehen. Daraus resultieren gewisse Emotionen wie Freude oder Neugierde. Der Begriff Quasselstrippe hingegen löst eher negative Assoziationen aus. An wen denken Sie, wenn Sie an eine Quasselstrippe denken? Vermutlich an eine eher nervige oder aufdringliche Person. Das geht den meisten Menschen so. Und Sie sind sehr daran interessiert, nicht mit diesem Attribut in Verbindung gebracht zu werden. Das wäre also ein sogenanntes Vermeidungsziel. Die damit verbundenen Emotionen wie Anspannung oder Angst, ebenso nicht zu sein, können die Freude an der Zielerreichung, nämlich kommunikativ zu sein, beeinträchtigen. So könnte eine Person, die im Kopf eher an Quasselstrippe als an Networkerin denkt, vermeiden zu reden, zu Smalltalken, zu Netzwerken. So könnte eine Person, die in Verbindung, 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 die